Ein Pamela! Ein Pamela! Ein Pamela! Guck mal, da hat er aber einen. Genau, da hat er auch noch ein Bild. Aber das ist immer noch ein Bild. Da hat er genau, und dann hat er auch noch ein Pamela. Guck mal auf dem Schild. Die ist da. Ja, das macht er auch nicht. Ich kann nicht. Das coordinate ich für heute. So mache ich zur Schule. Wir müssen noch ein Bild. 2. Tipps, ich mache so viel. Wir müssen noch so viel. Dann geht's. Wir müssen noch ein Bild.